Als erstes begegnen mir Schwärme von Rotfedern, die hier ohne Scheu um mich herum schwimmen. Die Schmerzen sind nicht so schön, aber ich habe noch eine Chance. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Vielen Dank. aber es dauert auch nicht lange und dann begegnet mir wieder der hecht äh okay und 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 ich so oft ist schon die rotfeder die plötze und den hecht gefilmt habe aber es ist jedes mal aufs neue ein tolles gefühl das zu erleben dasselbe Vielen Dank. Das war's. Vielen Dank.